Ja, ich glaube, es war ein sehr guter Test gegen einen ganz anderen Gegner. Das System von Roger Schmidt kennt man natürlich, sie haben uns versucht früh anzulaufen. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, geh weg, Boris, geh weg Ja, gut, die war halt, brauche ich Ja, brauche Männer Ja, brauche Männer Wir haben bis auf die ersten 15-20 Minuten ein bisschen Probleme gehabt, haben wir es eigentlich wirklich vernünftig gemacht Und ich glaube, das 2-2 geht dann auch am Ende in Ordnung Ja, es waren sehr anstrengende 8 Tage, oder 7, einen haben wir ja noch Aber es hat natürlich riesen Spaß gemacht, wir haben viele Themen bearbeiten können, die uns wichtig sind, die wir für die Rückrunde brauchen werden Und deswegen, glaube ich, war das eine rundum gelungene Sache Ja, wir wissen natürlich, was auf uns zukommt, wir haben ja schon mal gegen Bochum gespielt Also ich persönlich fand, es war eine sehr spielerische, sehr starke Mannschaft Ja, die vor allem in der zweiten Halbzeit damals extrem Druck gemacht hat Wir wissen natürlich, dass das ein sehr schweres Spiel wird, aber natürlich haben wir das Ziel zu punkten und am besten natürlich dreifach